Was ist von diesem schönen Haus? Denn in diesem schönen Haus firmiert die Firma SEMO Personalservice. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen von euch ist die SEMO ja bekannt. Wir arbeiten neben den Kollegen, aber SEMO hat auch noch eine ganz andere Geschichte. Nämlich ein guter Unternehmen der SEMO ist die CSCB, der wir haben, der AG. Diese hat zwei Konkurrenten mit vielen guten Kolleginnen und Kollegen von dem Abbildungsgespräch geführt. Mal mehr, mal weniger freundlich. Und so wird die Stammelechtschaft abgebaut, bei der heutigen Stammelechtschaft abgebaut. Zwei! 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 Am Anfang steuert euch hier, wo wir uns gestalten, das Stuttgart unternehmen, der sehr wichtig ist, wie wir uns das Leben auf der Europäischen Union als sehr in der Zeit erarbeitet haben. Zumal natürlich, dass auch wir hier im STFM in der Nacht stehen. Aber noch einmal, mein Dank ist es mir leider, dass wir von dieser Europäer Europäische, in dieser Art, in diesem Jahr selbst haben. Vielen Dank. Wir haben auch noch vier Institutionen zwischen CFM, Charité Facility Management und Zeril, wo wir da auch sehen. Welcher unlaut wird Verträge herrschen daran? Wir wollen auch die Kollegen in dieser Anträge, die eindeutig zeigen können, dass wir unlaut und Blöde herrschen, um Stachelinschaft abzubauen, um Blöde zu drücken und um uns den Streitbild zu brechen. Da haben wir leider weiter als weniger Streiten bei uns. Im Jahr 2019 gab es eine Anträge, weil wir hier antworteten Haus zu dem Thema Geschäftsbeziehung CFM und CFM. Leider konnte auch diese Anträge noch nicht endgültig klären, wie die Geschäftsbeziehung wirklich auslöst. Ich bin ein paar Jahre alt, die ich mir schon gesagt habe. Ich bin ein paar Jahre alt, die ich mir schon gesagt habe. Ich bin ein paar Jahre alt, die ich mir schon gesagt habe. Leider hat man auch dieses nicht gebracht, weil man aus dem Checkout-Bezicht geerbt hat, dass das scheitere, dass man auch eigene Kinder hat. Aber mit der Änderung ist das nicht. Okay, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich ist es unsere Zeit auf den Kursen. Ich bin ein paar Jahre alt ist. Das ist mein Name, will ich mir основat LEGO kas sexuell. WOHFlow! WOH roots! WNHH! WOH mum! WOH! 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 KÓW!